Oh Gott, das... Hilft denn die Kiste oder so gegen den? Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Genau, nimm den mal mit. Nein, ja, jetzt fliegt er. Jetzt fliege ich. Was muss ich tun? Oh, da ist schon wieder Yellow. Ja, moin, ich hab Yellow. Oh Mann, ey. Oh, hier ist einer. Ich weiß, wo einer ist. Ich weiß, wo der letzte ist. Wir brauchen noch zwei. Ich hab einen noch, aber ich weiß, wo der letzte ist. Dann sagt er doch vielleicht so. Oh Gott, ich höre sie. Ich höre... Ja, so richtig... Ach Mann. Sieben. Oh, da unten bist du. Oh, die siehst du. Oh nein. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Rainbow Friends mit meiner Wenigkeit und dem lieben Mr. Tom. Hallo. Hallo, Tom. Hallo. Endlich Rainbow Friends Chapter 2, Lena. Was sagst du dazu? Wie hast du die Nachricht überhaupt erfahren? Wie war deine erste Reaktion? Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Also ich hatte es schon abgehakt. Ja, ich glaube, ich war mal so beide Lager. Einmal so, äh, gleich kommt es noch. Manchmal dann wieder so, ne. Aber es ist da, Leute. Es ist endlich da. Ich hab schon mit Kahn zuerst gespielt. Direkt am ersten Tag, als es rausgekommen ist. Heute Morgen mit Danja. Und jetzt mit dir, Tom. Tom, hast du dich spoilern lassen? Du bist ja dann schon bestens vorbereitet. Ich gehe hier als totaler Noob rein. Nein, ich hab mich nicht vorbereitet. Ich weiß gar nichts. Sehr gut, sehr gut. Und es wird wahrscheinlich wieder chaotisch. Aber ich mach auch direkt mal meine Sounds an. Ja, bitte. Bitte mach es. Du brauchst sie. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Dann wollen wir loslegen. Alright, let's go. Ja, auf jeden Fall. Yes, let's go. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Ich sag's, wie es ist. Ja. Es hat sich mega gelohnt. Wirklich. Also Chapter 1, jetzt zu Chapter 2. Das ist ein großer Sprung, sagst du? Es ist ein ziemlich großer Sprung. Also da kann man sogar verzeihen, dass das wirklich ein Jahr oder so gedauert hat. Aber ich bin so gespannt, ob deine Reaktion hat. Es hat wahnsinnig lange gedauert. Was meinst du? Welches neue Monster könnte eventuell dabei sein? Hast du so eine Farbe gerade vor Augen? Warte, es gibt Blue, Green, Orange, Red, Purple. Ich weiß nicht. Was fehlt denn so von Gelb vielleicht? Maybe Gelb. Okay. Sein Tipp. Wir schauen uns an. Aber ich weiß natürlich auch nicht, vielleicht gibt es ja auch mehrere. Kann ja auch sein. Ja, ja. Ich möchte da auch wirklich nicht viel spoilern. Ich werde dir gleich ein bisschen sowas zeigen, aber ich lasse es dich selber erkunden. Ich lasse mich überraschen. Es ist wirklich, es ist gelungen. Wow, okay. Ja. Als ob es direkt mit einer Zwischensequenz reingeht. Das ist komplett neu. Das war ja bei Rainbow Friends 1, war das ja gar nicht. Das waren ja nur so. Oh, wer ist er? Zustandbilder. Ja. Wie ist das? Hallo. Wer sind Sie? Das ist übrigens noch nicht übersetzt. Also das Spiel ist einfach nicht. Aber das Gleiche können wir ihn auch fragen, was er da macht. Eigentlich ja, ne? Das ist schon sehr verdächtig, wie er da so am Zaun steht und versucht da einzubrechen, ne? Ja, natürlich ist das nur unsere Vorstellungskraft. Und das liest es vielleicht auch schon. Wohin geht's? Oh, in den Themenpark. Sehr cool. In den Vergnügungspark. Ein Themenpark. Ein Freizeitpark. Sehr cool. Oh, du darfst so gespannt sein. Red, okay. Diese ganzen Animationen, das ist richtig cineastisch. Also es ist ein deutlicher Sprung, ne? Guck mal, unsere beiden Lieblingskollegen. Sieht aber wirklich gut aus, ne? Mein Spruch. This is going to be fun. Irgendwie mag ich es so, Red auszusprechen. Ich weiß nicht warum. Okay. Lightbibes müsst ihr finden. 25. 25, okay. Ja, und wir sind auf einem Private Server. Ich habe es heute extra ein bisschen schwieriger gemacht. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich auch. Ich habe, das Ding ist, ich habe, wie oft haben wir Rainbow Friends gespielt? Also Chapter 1, ich weiß es gar nicht. Und selbst da war mein Map-Knowledge nicht so gut. Ach, das wird noch. Das ist wunderschön. Aber wie du sehen kannst, die Funktion ist dieselbe. Also mit B kommst du wieder in die Kiste, mit C kannst du kriechen. Das ist sehr gut. Ja, dann wollen wir mal. Jetzt guck mal. Guck mal, ich habe direkt eine. Hallo? Der Profi ist am Start. Guck mal, wie kommt die Kugel? Guck mal, wie kommt die Kugel? Ja, ich verfolge hier das Ziel und gucken, kann ich in den... Na gut, ich glaube, ich kann mich zurücklehnen. Ich glaube, ich kann mich zurücklehnen. Noch eine. Du hast aber direkt hier eine vergessen. Oh, vielleicht hat er die nicht aufgesammelt. Ich habe jetzt auf jeden Fall vier. Nee, du bist gar nicht... Muss man die denn hinbringen? Gibt es wieder irgendwie sowas wie ein Theater oder so? Oh, da ist Blue. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Komm zurück. Das Ding ist, was bedeutet für dich jetzt gerade zurück, ne? Ähm, bisschen. Ich, äh... Ah, Mr. Tom, äh, ja. Quasi am Eingang, da steht eine Maschine. Da müsstest du wieder zurück, tatsächlich. Das ist, äh, genau. Äh, äh, Blue, komm, Vorsicht. Ja. Oh, und, äh... Nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Du kannst hier rein, du kannst hier rein. Okay. Kommt von der anderen Seite. Mit C einfach wieder hier rein. Ach so, ja. Oder so. Ja, ich bin jetzt in der Kiste. Da bin ich ja auch safe. Ja, das kannst du auch machen. Läuft Green jetzt eigentlich auch direkt schon rum? Es sind tatsächlich schon drei unserer Lieblingsmonster unterwegs. Orange auch noch, oder? Das, äh... Das war recht. Soll ich es dir schon verraten? Nein, verrat es mir nicht. Ich lass mich überraschen. Lass dich überraschen. Ich komm mal ein bisschen hinter dir her. Okay, 15 müssen wir noch finden. Ja, aber vielleicht hast du es aber auch schon... Oh, 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 oh. Stop it. Stop it. So, komm mal her. Ja. Das zeige ich dir doch lieber mal. Denn hier, mein Lieber, befindet sich Purple. Okay. So, pass mal auf. Ist das ein Ihr Garten? Folge mir, so schnell es geht. Und jetzt. Schnell hier nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Schnell auf diesen Stein. Ah, okay. Ja, dat ist es nämlich. Das ist Blue, äh, Blue sag ich schon. Purple. Das ist ja unfassbar stressig. Das hat schon was für sich, ne? Hallo. Oh, jetzt kommt Blue da auch noch. Ja, da hinten ist noch eine... Ah, da hinten ist noch eine. Ja. Kriegst du sie? Ich hoffe, dass ich sie kriege. Das war knapp. Das war knapp. Dieses Bild. Aber let's go. Tom, du liebst gerade so nach rechts und dann kam Purple von der anderen Seite. Das war gerade so gut. Boah, das ist ja aber voll riesig hier, oder? Schau dich auch mal um. Guck mal einfach hier oben, dass da einfach alles runterhängt, ne? Das ist ja kein Wunder, dass das so lange gedauert hat. Tom, komm her. Komm her, Junge. Ja, ich bin dabei. Wo bist du denn? Aber sowas von, Junge. Jetzt haben wir aber was zu klären. Als ob man hier Kart fahren kann. Wie cool. Let's go. Ich auch schon mal ab, weil ich muss einen Vorsprung haben. Oh ja, ich habe mich direkt in eine Bande gesetzt. Also das ist schon meine zweite Runde hier gleich. Also wenn ich meine dritte habe, dann habe ich gewonnen. Oh nein, oh nein. Ich hänge fest. Okay, aber ich finde, wir sollten weiter. Ja, ich weiß. Ich wollte nur mal eine dritte Runde zu Ende machen, um mich einmal wie so ein Sieger fühlen. So. By the way, das hier ist eine Safe Area. Ja. Blue ist über uns, oder? Ja, also der kommt, glaube ich. Der kommt, soweit ich weiß. Ach, da rein kommt er nicht. Ah, okay. Ich verstehe. Stimmt. Ich verstehe. Dann ist ab hier. Ab hier beginnt es. Alles klar. Ich wusste nur, es gibt eine Safe Area, aber genau. Ah, okay. Hier ist auch ein Schrank. Vielleicht war da schon der Hinweis darauf, dass Blue tatsächlich... Ich habe gerade zwei. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ich verstehe. Genau, du musst eigentlich jetzt nach rechts. Ja, ich wollte... So, Tom, du hast im Grunde genommen gerade die... Ui! Nein, das scheint... Oh. Okay. Boah, das war aber jetzt knapp, oder? Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das gerade schaffe. Oh, das war jetzt eine knappe Kiste. Das war wortwörtlich eine knappe Kiste. Das ist sehr, sehr anstrengend zu zweit. Gebe ich zu, aber ich wollte tatsächlich diese Challenge mit dir machen. auf einen Privatserver, weil das ist wirklich... Oh! Ich habe gerade... Use it! Okay, ja. Let's go. Wow! Hä, wie... Kein Wunder, dass das so... Das ist cool, ne? Kein Wunder, dass das so lang gedauert. Die haben sich ja voll viel einfallen lassen. Und es gibt hier überall was. Überall. Du musst wirklich gefühlt überall gucken. Ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Und hier, guck mal. Voll der King Chair hier. Das ist das Blues-Thron. Sieht so ein bisschen aus. Ja. Apropos, oh nein. Ja, ich glaube, er erwischt mich jetzt. Nein, er hat mich. Nein! Na super. Äh, ich komme sofort wieder hoffentlich. Ja, ich bin wieder da. Okay, sehr gut. Oh nein. Geh aus der Kiste. Hast du es noch geschafft? Ja, aber er verfolgt mich, glaube ich, noch. Oh, das ist ja kein Problem. Kannst du ihn ja mal ablenken, den Jungen. Oh, der ist green. Oh, das wird ja immer schlimmer hier. Oh, du glaubst ja nicht, wie schlimm es noch wird. Du ahnst ja. Das ist ja gerade mal die erste Nacht. Hm. Oder was heißt erste Nacht? Nee, es gibt keine Nacht. Es sind eigentlich, Kahn meinte, es sind Stunden wohl eher. Okay. Okay, ich habe zwei. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe gerade keine, aber ich habe gerade sechs abgeliefert oder so. Also irgendwie so viel. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, mal gucken. Hm. Also purple waren wir ja schon. Ah, da hinten ist green. Kann man hier nicht rein? In diese Garage? Nee, scheint nicht so. Okay. Ähm. Wo könnten dann noch welche sein? Ah, ich höre blue. Oh, ich höre blue auch. Ich sehe ihn sogar. Och, Mann. Komm aus der Kiste. Ich habe das Gefühl, die Kiste ist momentan nicht immer die beste Option. Nee, nicht wirklich. Warte mal, Blue. Hä? Wo ist denn der Rest? Ich bin verwirrt. Ah, ich habe noch eine. Okay. Was ist hier mit diesem riesigen Blue-Kopf? Kommt man da vorbei? Oh, das ist später. Okay. Da willst du noch hin. Okay, okay. Da möchtest du noch gerne hin. Hier waren wir schon. Haben wir vielleicht was wieder abgegeben? Ah, ich habe hier, die sind wieder zurückgespawnt. Die eine zur anderen Seite. Blue, es reicht doch langsam. Ja, behalte mal. Ich habe zwei. Ja, dann fehlt nur noch eine. Nur noch eine? Ach, verflicks, wo ist die jetzt? So. Ah, sie wird angezeigt. Du holst sie. Das ist sehr gut. Mach das mal. Blue ist schon bei mir auf der Brücke. Oh, der ist wirklich green. Ach. Hab ich glaubt? Okay. Dann musst du nur noch deine zurückbringen. I'm on my way. Und dann sind wir safe. Let's go. Oh, Tom. Du hast die erste Nacht geschafft. Und guck mal. Es wirft ein Blue in den... Okay. Jetzt kommt der Typ wieder. Ja. Den traue ich ja irgendwie nicht, ne? Ja, ja, ja. Ja. Wir können gut Sachen finden. Dankeschön. Wie du auch Blut sagst. Guck mal, eben sagt er noch, hier gibt es doch keine Monstern. Jetzt weiß er ohne, dass wir ihm was sagen, den Namen. Hm. Hm. Sass. Ein bisschen sass ist es schon, ne? Okay. Hm. Hm, hm, hm. Oh. Guck mal, ich lag hier sogar richtig. Du, wolle ich gerade sagen, du hast am Anfang gelb gesagt und gucke mal. Gucke mal, wer da ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Der ist auch sehr speziell. Das wirst du vielleicht noch erfahren. Du verrätst es mir natürlich nicht, ne? Okay. So, jetzt müssen wir diese Gaskanister hier... So, zwei sind schon mal da. Gut, du gehst da lang, geh ich schon mal hier lang. Okay, jo. Äh, denk dran, die sind, also nicht nur Blue ist schneller geworden. Dieser Yellow, der ist übertrieben schnell. Okay, das sind nicht so gute Neuigkeiten. Nein. Nein. Die sind alle. Es ist, es wird, es wird wunderbar. Wirklich. Dieses Game ist wunderbar. Oh, jetzt hab ich fast vergessen, dass Purple hier rumläuft. Und das Schlimme ist, die verfolgen einen tatsächlich bis fast überall hin. Also auch die Treppen und so nehmen die ja alle schnell. Oh Gott, das... Hilft der in die Kiste oder so gegen den? Oh, er fliegst du? Er hat einen Propeller, warum hat der einen Propeller? Oh, ups, dann hab ich gerade schon, glaube ich, was verraten. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob Yellow, wie er auf die Kiste reagiert. Also er hat mich gerade nicht erwischt. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Also die Kiste scheint zu helfen. Sieht aber auch süß aus, wie er so geht und so. Hast du vorhin eigentlich gehört, was ich noch gesagt habe? Ja, fliegst du, hast du gesagt. Okay. Aber... Also, ich sag mal so, du stirbst nicht sofort bei Yellow. Ah, okay. Yellow hat wirklich etwas ganz Besonderes und das ist sehr witzig. Das ist einfach witzig, wirklich. Sprich, wenn er dich hat, sag Bescheid. Dann erklär ich dir, was du zu tun hast. Ja. So, ich hab noch drei. Sehr gut, dann brauchen wir ja nur noch drei weitere. Oh, hallo, Blue. Hab dich nicht vermisst. Ah, ich würde gerne noch zu den Cards gehen. Da war nichts. Da war ich schon. Und bei... Oder warst du schon? Boah, Blue bist du schnell. Boah, ist der schnell. Ist der schnell. Bei Purple war auch nichts, soweit ich weiß. Ich hab noch einen. Boah. Das hört sich nach Stress bei dir an. Also, wenn du gerade das Bild sehen würdest, was ich hier sehe, glaub es mir, du kriegst einen Herzinfarkt. Der ist wirklich halb in diesem Versteck mit drin. Du kriegst viel. Oh, da ist natürlich green, klar. So, drei. Oh, eine habe ich noch? Ich habe auch noch eine. Wir brauchen nur noch eine. Ich weiß nicht, wer gerade hinter sie ist. Ich war noch nicht in Blue's Castle. Also, kann sein, dass sie da vielleicht ist. Ja. Aber da war gerade green, deswegen konnte ich da nicht hin. Oh, ich habe die letzte... Sehr cool. Ja, und sie war genau da, wo ich... Ey, Tom, wir sind sehr schnell, muss ich mal sagen. Und... Let's go. Nice. Boah. Ich starte hier meine Kamera. Guck hin. Let's hope this works. Ja. Jetzt wird sie... Hä? Ja. Was war das? Lauter. Ja, ja, ja. Zu Bälle mit Augen. Du hast es gleich erfahren. Boah, nee. Jetzt steht er da oben? Okay. Er ist einfach da oben. Oh, wir müssen das jetzt auf Zeit machen. Ja. Oh Gott, das wird ja furchtbar stressig. Es wird sehr stressig. Okay, let's go. Oh, guck mal, ich habe direkt ein. Das ist ja auch... Er ist einfach in deine Arme gerollt. Aber jetzt sag mir nicht, dass die auch noch... ...so verschwinden können oder so. Ach, und man kann nur einen auf einmal aufheben. Das ist ja... Ja, was ist das? Oh, und die verschwinden wieder, wenn man... Ja, ich bin jetzt... Ich werde jetzt erwischt. Genau. Oh no. Oh. Tom. Ja, es ging nicht anders mehr. Ich war quasi diese Treppe da runter. Also, er hätte mich so oder so bekommen. Oh, Green ist direkt da vorne. Ja, super, moin. Aber hörst du die denn auch? Ja. Das ist so süß. Die winseln so ein bisschen, ne? Es ist so süß. Ich weiß nicht, wie ich die anders sonst bezeichnen soll. Ich finde die einfach süß. Aber es ist wirklich total nervig, dass man immer nur ein auf einmal mitnehmen kann. Und man verliert sie, wie du schon feststellen durftest. Oh, da hinten rollt der nächste. Einer ist noch in der Card Area. Ja, oh mein Gott. Das ist so süß. Das ist ein Rieses Geräusch. Hat so ein bisschen was von Fall Guys. Oh Gott. Oh Gott, ich bring Yellow mit. Ist das nicht so gut? Das ist überhaupt nicht gut. Gleich möchte ich mich auch gerade ein bisschen retten. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt mitgebracht habe. Ich hoffe nicht. Ich gehe mal zu Purple. Aber Tom, du machst es sehr, sehr gut. Ich finde es auch. Bisher geht es. Ich muss mich jetzt aber hier einmal kurz irgendwo verstecken, weil ich meine Kamera neu starten muss. Oh, der ist direkt bei Purple. Ja, moin. Ja, heiliges. Komm her. Oh, ja, 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 ja. Ich will dich nur mitnehmen. Let's go. Ich will dich nur mitnehmen, Kleiner. Oh, bitte, bitte. Lass jetzt hier keinen reinkommen. Das Green. Oh nein, nicht Yellow. Yellow bewegt sich gerade zum Spawn. Ja, Green ist auch. Green sehe ich. Ich bin gerade in diesem Wald oder was das genau sein soll. Ich sage mal, boah, jetzt wird es echt ein bisschen viel. Wie viel Zeit hat man denn? Tja, Tom, du wirst es merken. Okay. Und dann heißt es Game Over. Wenn hier jetzt mal noch irgendwo einer sein, hallo. Ich habe das Gefühl, die rollen auch durch das ganze Spielfeld hier. Ich höre die halt, aber ich sehe keinen. Also unten ist Blue. Hier ist auch keiner. Ich habe einen. Oh, da ist Green. Ja, aber Green, 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 Green. Bei Green ist direkt noch einer. Nimm den mit. Ja, ich hole ihn, ich hole ihn, ich hole ihn. Dann brauchen wir nur noch zwei. Tom, wir machen das super. Ich finde auch. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Genau, nimm den mal mit. Danke schön. Nein, ja, jetzt fliegt er. Jetzt fliege ich. Was muss ich tun? Gleich kommt die Hüpfburg, die Leuchte. Du Leuchte, also die wirst du erkennen, die Leuchte. Und da musst du runterspringen, auf die Leertasse drücken. Dann kannst du abspringen. Ah, okay. Aber du musst treffen. Ja, let's go. Ja. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Okay. Da, pass auf das Blue. Hoi. Vielleicht ich, ich zipp mich mal kurz rüber. Ja. Dann bin ich immer schneller. Aber, was sagst du denn dazu? Das war cool. Ein cooles Gimmick auch irgendwie so. Es hat was. Man hat sozusagen noch eine zweite Chance, um nochmal zu entkommen. Und das nicht direkt. Oh, da ist schon wieder Yellow. Ich sehe einen roten. Ich sehe einen roten. Achso, das müsste der den... Ich habe auch... Oh, Yellow gehen Sie bitte. Yellow gehen Sie bitte. Oh ja, klar ist der Green. Ja, moin, ich habe Yellow. Oh Mann, ey. So. Oh, hier ist einer. Ich weiß, wo einer ist. Ich weiß, wo der Letzte ist. Wir brauchen noch zwei. Ich habe einen noch, aber ich weiß, wo der Letzte ist. Dann sag du doch vielleicht so. Sag du mir mal lieber, dass der Green war. Achso, ja, das weiß ich doch gerade nicht. Ich habe mich jetzt rübergesippt. Wo ist der denn? Wie soll ich das jetzt erklären? Ich bin so schlecht da. Irgendeinen Ort, mir einfach sagen. Da, 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 wo die Brücke ist, da gehst du ja so in diesen kleinen Flüsslein da rein, ne? Oh, da ist Blue. Ich kann nicht mehr. Ey, jetzt wird es... Ey, jetzt wird es richtig... Oh, nein, bitte. Oh, noch Grün. Green, ich will nicht mehr. Ja, ihr kleinen Süßen. Ah, ich habe ihn. Oh, man kann ja nicht springen. Oh, Mann. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wo ist der denn? Ah, ich weiß, wie ich da hin komme. Äh, Vorsicht, ich lock mal Green hier weg. Ich hoffe, du kommst mir jetzt nicht entgegen. Bitte, Tom, komm mir nicht entgegen. Nee, Blue, glaube ich, verfolgt dich. Kann das sein? Ja. Gut, ich habe die ganze Mannschaft rennen sehen. So. So. Oh, ist das stressig. Oh, nicht schon wieder. Nee, nee, Tom. Nee, Tom. Ja, so, Yellow, suchen Sie jemanden anderen. Tschüss. Ach so, er hat dich? Nee, er hat mich nicht. Mr. Tom, wo sind Sie denn? Ich versuche jetzt gerade den letzten zu holen, aber ich kann mich halt nicht schnell bewegen, weil Yellow und Blue hier rumlaufen. Gott, ich höre sie. Ich höre sie. Ja, so richtig. Ah. Oh, Gott. Ja, na, ja. Ja, jetzt fliege ich wahrscheinlich wieder. Ja. Ach, Mann. Egal, ich habe mich für dich geopfert. Danke dir, Tom. Ich bin runtergesprungen und direkt auf Yellow drauf, kann man so sagen. Deswegen habe ich so geschrien. So, danke schön. Ich fand auch, dass wir einen guten Job gemacht haben. Oh. Ja, Moin. So, da ist der. Ach so, Tom, es gab gar keine Zeit. Ach so, das ist ja frech. Aber Red hat doch gesagt, dass es ein Timelimit gibt, oder? Naja, aber hast du einen Timer gesehen? Ich dachte, das Ding fährt halt hoch, dieser Tower da. Kann ja sein, aber hast du einen Timer gesehen? Nein. Oh, Tom, guck hin. Guck hier hin. Ja. Ein Marienkäfer. Oh. Oh, das ist doch Karns Lieblingsfarbe. Sion. Nein, der sagt doch mal Sion. Sion. Sion ist das. Sion. Es ist im Übrigen eine Sie. Ja, ich lese es auch gerade. Da bin ich mal gespannt. Erinnert sie dich nicht auch an ohne Zahn? Ja, true. Stimmt. Ha. Aus Drachenzähmen leicht gemacht, ne? Ja. Oh, äh, die hat auch eine besondere Eigenschaft wieder. Ja. Äh, die reagiert auf Bewegung. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ob es, wie es jetzt ohne Kiste ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie dich ohne Kiste auch erwischt. Aber wenn du in der Kiste bist, beweg dich nicht. Okay. Ist das quasi wie bei einem T-Rex, der dich auch nicht sieht, wenn du dich nicht bewegst? Weil seine Augen an der Seite sind. Stimmt. Oh, was, wo? Hä, wer hat mich denn hier jetzt ge... Hä? Wer hat dich denn gesnackt? Oh Gott, da kommen sie alle. Oh Gott, jetzt haben sie mich noch gesehen. Ich krieg zu viel, ne? Oh Gott, ey. Ich, ich krieg gleich ein kleines bisschen zu viel. Ja, ich auch. Wo bist du denn? Äh, ich hoffe, du bringst jetzt hier niemanden mit. Oh, ich hab noch eine. Oh, ich hab doch... Du hast gerade gefühlt alle. Ich hab noch gar keine. Ich hab jetzt fünf. Das ist sehr gut. Boah, weh, jetzt kommt Yellow. Ich, ich, ich sag's dir, ich heule. Yes. Sehr strong, sehr strong. Ey, ich höre... Oh, Yellow. Oh, natürlich, Blue. Nein, 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 nein. Bitte sag nicht, wir kommen uns jetzt entgegen. Mann, Blue, ich wollte das Sugarpack aufsammeln. Bitte lass mich in Ruhe. Sieben, oh, da unten bist du. Oh, die siehst du. Oh, nein. Oh, man kann hier runterspringen. Das wusste ich nicht. Man kann von der Brücke runterspringen. Echt? Wie denn? Oh, das war knapp. Oh Gott. Du schreist so laut, dass ich dich in Discord nicht mehr höre. Oh, 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 oh. Wo ist die Hüpfburg? Wo ist die Hüpfburg? Hi, Tom. Ja. Ich hatte alles. Cyan, Yellow. Ja, was soll ich denn machen? Dann nehme ich lieber Yellow. Oh, ich sehe, ähm, Päckchen Nummer 8. Ich habe auch noch eins, dann haben wir alle. Dann lass uns die schnell zurückbringen. Bitte erwisch mich nicht. Oh. Oh, da bringst du den mit, ey. Ja, das war risky, aber. Oh. Oh, ich muss dir was erzählen, Tom. Ich muss dir was erzählen. Ich bin kurz bevor, äh, Danja. Danja hatte das letzte Sugar Pack. Mhm. Und bevor sie es weggebracht hat, bin ich von Green erwischt worden. Und das war wirklich eine Millisekunde, bevor die Sequenz angefangen hat. Ja. Äh, was danach passiert ist, kann ich mir bis heute nicht erklären. Was ist denn danach passiert? Ich weiß nicht, ob es ein Glitch war, aber ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ich war in einem Bunker. Okay. Ohne Fenster. Ohne Türen. Einfach nur in einem Bunker. Und konnte nichts machen. Das klingt super weird. Das musstet ihr unbedingt ansehen. Schaut auch gerne, Leute, auch für euch. Schaut gerne mal bei Danja vorbei. Das war, ich kann es mir nicht erklären, wie ich das schon wieder hinbekommen habe. Oh ja, Tom, komm mal ein bisschen mehr nach vorne. Komm mal nach vorne. Dann wird es nämlich noch lustiger. Äh, ja, ich truste you. Da kam doch ernsthaft gerade eine Frage. Do you trust this player? Hm, Tom. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch passiert. Der schickt uns doch jetzt den 2D an der alte Mann. Wir müssen das jetzt... Ach, nee. Ich glaube, wir hatten was, du weißt es schon. Ist das jetzt sowas wie... Guck mal, jo. Ist das jetzt sowas wie Card Ride Delivery? Oh, da war ich richtig schlecht. Aber hey, mach es richtig. Mach es bitte richtig. Müssen wir das jetzt auch beide machen? Also, wenn das nur einer von uns macht... Ey, komm, ey, richtig. Okay. Ey, bist... Nee, es reicht, wenn das einer von... Ja, es reicht, wenn das einer von uns macht. Okay, aber ich dachte, du machst jetzt gleich links, ey. Dann hätte ich aber wirklich... Wäre ich zu dir rübergekommen. Also, an sich, die Map ist erstmal größer als bei Rainbow Friends 1. Ja, viel größer. Und dann einfach hier so ein Card Ride. Das ist... Die haben sich eine Menge einfallen lassen. Also, da kann man sich denken, warum das so lange gedauert hat. Ja, definitiv. Es wird dunkel. Oh, oh. Ja, Daniel hatte da schon mega Panik, weil ich konnte sie ja nicht begleiten. Das war ganz schlimm. Yay. Schnell sie sich fest. Uh. Bitte anschnallen. Jetzt kann es ein kleines bisschen windig werden. Windig? Auf diese Illustration. Das ist aber sehr langsam. Ja, noch. Achso, jetzt... Ist noch alles kinderfreundlich. Jetzt geht es wahrscheinlich ab. Oder? Die Musik... Oh, hallo. Ist sie nicht süß? Und let's go. So. Folgen. Dann guck mal, wer da ist. Orange. Unser kleiner Freund. Da freuen wir uns doch. Da ist er endlich. Oh, die Musik ist schon wieder deutlich zu crazy. Ja, und... Wuhuuu. So. Lava. Oh, oh, oh. Oh. Hier weiß ich nicht, ob das wirklich gefährlich ist. Das... Ich weiß es auch nicht. Danger ahead. Turn back. Nein, es gibt kein Zurück. Let's go. Ja, wie turn back. Wir machen jetzt hier kein Turn back. Wir machen jetzt Turn... Äh, going up. Ey, guck mal. Guck mal einfach. Das ist schon sehr cool. Das ist richtig, richtig nice. Minecraft Land. Das sah aus wie so ein bisschen Minecraft Land. So, jetzt fahren wir durch Blues Castle. Wir mussten uns aber jetzt... Rein theoretisch... Einmal bitte nach rechts. Nur ein... Das ist jetzt erst das zweite Mal, dass wir uns irgendwo hinlehnen mussten. Ja, ich weiß nicht, ob diese Lavastellen vielleicht noch schon dazu gezählt haben. Und wer ist das vierte Mal? Oh. Mui. So. Und tschüss. Ich frage mich... Nee, man kann hier nichts. Thanks for visiting. Oh. Sion. 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 Oh. Oh. Ups. Oh, oh, Tom. Ja. Oh, oh. Oh. Tja, da landen wir doch mal im Müll. So, Tom. Ja. Was denkst du? Tja, wie ist es so schön? Lauf! Oh, nee, jetzt müssen wir ja auch noch... Ah, das hat jetzt irgendwie den gleichen Vibe wie das Ende von Chapter 1. Ja, mit einem Unterschied. Sion. Ist unglaublich schnell. Ja, da freuen wir uns doch. Tom, Tom, wo bist du? Ich bin hinter dir. Ganz entspannt. Okay. Weil ich dich nicht sehe. Oh, guck mal, dieser Computer. Hier ist... Oh, guck mal, der arme Green. Oh, oi, 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 oi. Und hier musst du nochmal runter. Let's go. Yay, Tom. Tom. Let's go. We did it. You did it. Yes. Aw. Nice. Geil. Einfach Hammer. Ja, sehr cool. Und? Nice. Yay. Und meine Kammer ist genau in dieser Sekunde ausgegangen. Ey, Timing. Timing. Ja, Tom. Erzähl. Ey. Wir haben deine Meinung noch nicht. Ja, ich fand es richtig, richtig cool, muss ich sagen. Also deutlich, deutlich größer nochmal als Chapter 1. Allein durch die Zwischensequenzen und so. Also man sieht auf jeden Fall, wie viel Mühe sich gegeben wurde. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Der chillt noch auf seinem Thron. Aber we are going to be late. Wir werden uns verspäten. Wofür denn? Vielleicht können wir dann in zwei Jahren Rainbow Friends Chapter 3 spielen. Es hat sich einfach gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Ja, muss ich auch sagen. Boah. Mega. Ja, und vielen, vielen Dank, Tom. Du hast es richtig, richtig super gemacht. Dankeschön. Also ich finde, du bist jetzt ein Pro. Definitiv. Ein Pro. Oh, Dankeschön. Doch. Doch. Nee, das hast du wirklich super gemacht. Leute, was sagt ihr? Schreibt es auch in die Kommentare. Tom ist für mich, wow, hat er es super gemacht. Dankeschön. Wir freuen uns auf weitere Rainbow Friends Chapter 2 Challenges mit Kahn und mit Danja. Kahn, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist. Also nicht wundern. Wir haben einmal kurz seinen Kanal übernommen. Kahn, ich hoffe, es hat dich gefreut, wie Tom sich hier macht. Nee? Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.